Bevor ich mein Schauspielstudium in England angefangen habe, habe ich beschlossen, noch ein bisschen die Welt zu sehen und zu arbeiten, Geld zu verdienen für das Studium und habe mich entschieden, Flugbegleiterin zu sein für eine große deutsche Airline. Das Training geht nur neun Wochen und drei davon sind für die Sicherheit, das Emergency Training. Es hat unglaublich Spaß gemacht. Es werden die Attrappen, die sich bewegt haben, Feuer simuliert und ins Wasser, Notwassern und mit den Rutschen runter und es hat echt Spaß gemacht. Natürlich habe ich nicht darüber nachgedacht, dass es ja vielleicht auch mal angewandt werden muss beim Fliegen, das möchte man nämlich nicht. Ich habe auch die ganzen Flugerfahrungen immer in Träume verpackt und bin im Traum, glaube ich, 50 Mal abgestürzt, aber immer das Flugzeug evakuiert, immer, immer sicher die Leute ausgebracht und einmal da wurde uns dann gesagt, dass ein Triebwerk abgeschaltet werden muss, was bei vier Triebwerken nämlich so dramatisch ist, aber... ... ... ... ... ... ...